Kennt ihr schon den Harry Potter Shop am Hamburger Hauptbahnhof? Dort gibt es einiges zu entdecken. Eine ganze Wand voller Süßigkeiten und Plattform 9 3 Viertel Merchandise. In der zweiten Etage geht es dann weiter. Natürlich gibt es einiges an Merchandise für jedes Haus. Welchem Haus gehört ihr an? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und es gibt auch einige Fotomöglichkeiten. Voldemort, Harry Potter und... Dobby. Ist der nicht süß? Es gibt einiges an Lego, Spielsachen, Puppen, Kleidung und zahlreichen Büchern. Ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Harry Potter Bücher gibt. Klar, ich kenne Band 1 bis 7. Wie viele verschiedene Versionen es gibt, war mir nicht bewusst. Natürlich gibt es auch Dekorationen fürs Haus, und zwar Fußmatten. Sogar mit dem sprechenden Hut. Was hättet ihr euch gekauft? Was HIS Dekorationen fürs Haus Haus Und schon Holden mit dem